Hi, ich bin Ilan. Hey, ich bin Helena. Hi, ich bin Nino und ich möchte euch heute ein Spiel vorstellen, was mir richtig viel Spaß gemacht hat in den letzten Tagen. Und zwar das Spiel Abzu? Abzu? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall geht es im Spiel um einen Taucher, der den Ozean erkundet. Viel mehr wird einem auch vom Spiel gar nicht gesagt. Das ist das Einzige, was man mitbekommt. Das ist aber auch irgendwie das Coole am Spiel, weil man keine Ahnung hat, worum es überhaupt geht. Man weiß nur, dass man durch den Ozean schwimmt und irgendwie hat es schon einen Handlungsstrang. Nein, nicht wirklich einen Handlungsstrang. Irgendwie eine Abfolge von Sachen, die man machen muss. Denn obwohl man die ganze Zeit hin und her schwimmt und nichts Besonderes macht und es eigentlich langweilig sein könnte in anderen Spielen, ist es da einfach nur brutal entspannend. Und ich meine wirklich entspannend. Ich gehe normalerweise immer so um zwei Uhr nachts erst schlafen, weil ich kann früher nicht einschlafen. Seitdem ich dieses Spiel abends spiele, gehe ich um 23 Uhr schlafen, weil mich das Spiel so runterbringt und so müde macht, dass ich direkt einschlafe. Es gibt verschiedene Perspektiven, mit denen man spielt. Das wechselt dann zwischendurch immer und dann hat man so seinen kleinen Roboter, der neben einem mitschwimmt. Oder man hat Wale, mit denen man mitschwimmen kann. Man schwimmt da so schön durch die Unterwasserwelten und es gibt, glaube ich, so etwas wie eine versunkene, vergangene Gesellschaft, die man erkundet. Jedenfalls habe ich so etwas gelesen. Im Spiel wird einem das nicht wirklich klar. Man sieht zwar Wände mit Hieroglyphen und noch Rückstände von Menschlichkeit, aber es ist nicht deprimierend. Es ist einfach nur faszinierend, sich die Gebäude unter Wasser anzugucken. Also wenn ihr Bock habt auf ein Spiel, das total faszinierend gestaltet ist, wo man in verschiedenen Korallenriffen rumschwimmt, wo man sich alte Gebäude unter Wasser angucken kann und richtig, richtig tolle Filmmusik hört. Filmmusik? Spielmusik. Dann kann ich euch Abzu, Abzu, Absü sehr empfehlen. Bis zum nächsten Mal.